Emil Neude gilt als einer der bedeutendsten deutschen Expressionisten. Er stammte aus einer bäuerlichen Familie und entwickelte in seiner Kindheit und Jugend eine große Naturverbundenheit. Seine Liebe zur Natur sollte auch seine Malerei nachhaltig beeinflussen. So bilden Landschaften sowie Garten- und Pflanzenbilder einen großen Schwerpunkt in Neudes Werk. Viele seiner berühmten Gemälde entstanden in seinem eigenen Garten. Hier war er von einer großen Blütenpracht umgeben, die er direkt zu Papier brachte. Emil Neude konzentrierte sich bei diesem Werk auf die Blüten der Sommerblumen, die er in kräftigen Farben leuchten lässt. Im Kontrast zu den etwas dunkler gehaltenen Blumen im Bildhintergrund strahlen die Sonnenblumen im Vordergrund umso heller. Emil Neude wollte immer, dass seine Bilder etwas von der Schönheit der Natur widerspiegeln. Dies ist ihm mit diesem Aquarell zweifellos gelungen. Erst Emil Neude hat das Aquarell zum vollgültigen Kunstwerk erhoben. Damit prägte er die Entwicklung der modernen deutschen Kunst bis in die Gegenwart. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Neude Stiftung Seebüll ist diese hochwertige Edition auf Bütten auf 199 Exemplare limitiert und exklusiv bei Arsmundi erhältlich. Das Original befindet sich in der Neude Stiftung Seebüll. Stiftung Seebüll einen Tannenblumen